Hallo, ich bin der Marvin und ja, hallo Lena, alles Gute nachträglich zum Jurischen Song Contest Sieg. Ja, dann, ach die Fragen, die kommen nicht von mir, sondern das sind Fragen aus meiner Klasse. Ja, ich fang jetzt einfach mal an. Okay. Wünschst du dir manchmal dein altes Leben zurück, also wo du noch nicht so bekannt warst? Ne, wünsche ich mir im Moment gar nicht zurück. Alles wünsche ich mir, also ich wünsche mir mein altes Leben nicht zurück. Ich habe das alte Leben ja noch, aber ich habe jetzt zusätzlich noch ein paar neue Sachen und das finde ich ganz schön cool. Zweite Frage, Lena, du stehst ja in Facebook und MySpace und so ein Kram halt, wer kümmert sich eigentlich um die Accounts? Also machst du das oder machen das irgendwelche anderen Typis? Ja, also zum Beispiel, es gibt ja immer so Fanseiten auf MySpace und auf Facebook und die machen auf jeden Fall andere Leute. Okay, dritte Frage, hast du noch eine andere Seite, aber das heißt ja nicht, dass ich da nicht regelmäßig drauf gucke. Also ich gucke mir das regelmäßig an, was da so geschrieben wird, von den Fans zum Beispiel. Und dann habe ich noch eine eigene private Facebook-Seite, aber die, die öffentlich ist und wo man nicht anklickt, ein Freund werden oder zu Freunden hinzufügen, sondern ein Fan werden, die mache ich nicht selber. Okay, die dritte Frage, hast du ein großes Vorbild und wenn, wen? Nee, ich habe kein großes Vorbild. Ich habe ganz viele Leute, deren Musik ich toll finde und deren Schaffen ich bewundere, aber ich habe keinen Künstler oder keinen Musiker, den ich als mein großes Vorbild sehen würde und zu dem ich sagen würde, wow, du bist so toll, ich möchte genauso sein wie du. Fertig, das war's. Okay, das war's. Und bleib so, wie du bist, ist nicht cool. Tschüss. Okay, das war's.